Hallo, LibreOffice Dokument automatisch speichern. Sie können LibreOffice so einstellen, dass Dateien automatisch gespeichert werden. Automatisches Speichern überschreibt, genauso wie manuelles Speichern, die letzte gespeicherte Version der Datei. Um das automatische Speichern zu aktivieren, gehen Sie wie folgt vor. Wählen Sie im Menü Extras, Optionen, Laden, Speichern, Allgemein. Markieren Sie Speichern von Auto-Wiederherstellungsinfos alle, was hier schon der Fall ist. Und geben Sie ein Zeitintervall durch Eingabe einer Zahl oder drücken der Pfeil oben unten Tasten in Minuten an. Und klicken Sie abschließend auf den Button OK. Ciao und viel Glück! Bis zum nächsten Mal.